Das ist der Tod. Ja. Weißt du? Ja. Ja, und der Tod. Jesus, das ist klar. Oh! Sehr stark! So wie es aussieht, wenn sie uns helfen müssen, die Schüssel für Queen Beast sitzt. Ich bin der Tod. 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 Ja. Hallo? 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 Ist da jemand? Kann mir jemand helfen? Ich habe eine Idee. Hi, hier ist Stevens. Der Queen ist auch hier. Hallo? Bitte hinterlasst eine neue Nummer. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich mich schnellstmöglich bei euch bin. Und weil es Queen Bee ausgebrochen sein sollte, dann werden wir beide wohl schon längst da sein. Stevens! McCraight! Lass alles stehen und liegen und kommt sofort her! Queen Bees Gang hat die Polizei-Station gewonnen! Oh Mann. Das Ding ist aber einfach kaputt gegangen. Das ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Machst du Witze? Du bist gefahren! Wer mit dem, dass auf uns lang geht? Mein, du hattest ein Navi! Oh, danke Jungs! Oh mein Gott, ihr habt die Schranke vollkommen demoliert! Bisher gut, das war meine Schuld. Ihr bleibt hier. Ich suche mir einen Aussichtspunkt, um die Lage besser einschätzen zu können. Ihr beiden solltet eine Draußenstellung begeben. Sighuris! Ich muss dich loben. Das war wirklich ein guter Plan. Du wirst bereits verloblich werden. Jetzt lass uns die Quothe in unser Geheimversteck bringen. Ja, meine Königin. Für dich mache ich alles. Keine Bewegung! Das ist mir ganz deine Bausthaltshände, wenn jemand den Beweis findet, Schrank ausschneiden! Ich hab keinen Fall für dieses Spielchen! So, du wirst deine Jungs sollen nie kommen und dich einreizen! Ihr habt sie gehört, Jungs! Komm! 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 Okay, okay! Ich geh ja schon! Oh! Habe ich gesehen? Das ist ein Dynamit! Das ist ein Dynamit! Ja! Das ist eine gute Idee! Was ist das? Das ist ein Dynamit! Das ist ein Dynamit! Ja! Das ist die Mauer! Die waren so ein Laufbeschwerden! Ich weiß gar nicht! Das ist ein Dynamit! Und das war eigentlich eine ganze Zeit für die Erklärung. Das ist nicht mehr. Lass uns trotzdem wieder her, nur zur Sicherheit. Das ist nicht mehr. 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 Hör's damit! Whisky B. Wir fangen uns hier hinter dir und Spiders hier. Was? Was waren die da? Ich hatte alles unter Kontrolle. Sie ist unberechenbar. Niemand kann ahnen, was ihr als nächstes vorhat. Nee! Oh, ihr seid. Also hat das ein, das ist ein. Das bringt noch ein. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein, das wäre chalos. Ja, aber. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich dachte, du hättest gesagt, dass ich mich um Queen Bee kümmern soll. Habe ich nicht? Hast du wohl? Habe ich nicht. Huch, du spielst mit meiner Geduld. Nichts, dass ich nicht mehr schätze, Queen Bee's planen in die Quere! Ich hab ich nicht mehr schätze, ich hab ich nicht mehr schätze, ich hab ich nicht mehr schätze. Oh, das war es glaube ich. Es ist ein paar Prozent. Wir sind wirklich ein paar Kommentare. Wir sind die November hin! Ich kann es nicht mehr. Wenn die Mitte ist nicht mehr. Wir müssen Informationen auf. Sie haben das Recht zu schreien! Alles, was Sie sagen, kann und wird vorgelegt gegen Sie verwendet werden! Sie haben das Recht zu schreien! Das ist doch eine Erdbeige. Das hat kein Psycho-Empie. Du hörst uns niemals ein Tom. Es geht nicht mehr darum abzuhauen. Es geht mir nur um Rache. Cyrus, hol die Ganaten. Ich werde diese ganze Stadt den Erdboden gleich machen. Ich muss sie mit meinem König. Oh, eine Pistole! Oh, mein Gott. Das ist doch toll. Ich bin doch ein Teil. Ich bin doch ein Teil. Ich bin doch ein Teil. phosphorus. Das ist ja nur der Handel. Das ist alles fein. Ja, Bruder. Na, nehm mal ein bisschen von dieser Kwestigkeit! Merk! Merk! Mann, das Ding ist ganz schön schwer! Ne, was ist das? Na, können wir nicht mehr machen. Was ist das hier? Ich bin eigentlich normal. Irgendwie liegt es hier noch Bratheebchen. Das ist nicht gut! Das ist ganz und gar nicht gut! Ja, das ist nicht gut! Fui, Hütteherrchen! Was machst du denn da? Ich hab sie! Mein Klassi! Nein, ich! Bitte, haltet endlich die Klage! Ihr habt mich beige!